Moins sind meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Informationsvideo hier zum Landwirtschaftssimulator 2019 und einem weiteren Factsheet Friday, es ist nämlich FSF Leute, der letzte Freitag vor Release des Querneland und Vicon Equipment Pack für den 16. Juni 2020 angesetzt für den Landwirtschaftssimulator 2019 das zweite von insgesamt drei DLCs, die ja im Jahr 2020 für den LS19 noch erscheinen sollen als erstes gab es das Burghold DLC, jetzt ist Querneland und Vicon dran und danach, ja das weißt du, bisher glaube ich Giants, was da kommen wird das kriege ich nur noch nicht heraus, Freunde, aber heute ist es wieder Zeit, die letzten Factsheets für euch bald ist es dann auch soweit, dass wir das alle zocken können ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid, Leute, lasst sehr sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video natürlich gefällt wenn es euch nicht gefällt, ja, ihr wisst ja wie es geht, ne, oben rechts ist das X, sagt man immer, wenn es einem nicht gefällt aber dennoch, Leute, an all die treuen Fans sind hier, vielen Dank fürs Einschalten, herzlich willkommen und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, wir hatten jetzt diverse Factsheets Fridays das ist jetzt, wie gesagt, der letzte zu dem kommenden DLC, sobald dann das neue DLC bekannt gegeben ist wird es bestimmt auch wieder Factsheets geben und da freue ich mich drauf, auch dort dann wieder natürlich dafür Videos zu drehen und zwar haben wir jetzt heute hier von Querneland noch einmal den Acceptor TLX das ist dieser wunderschöne große Düngerstreuer, der kostet euch 24.500 Euro, 3.900 Liter Kapazität 24 Meter schmeißt der das Zeug auseinander mit 20 kmh, ist mal recht schnell unterwegs und passendes Gewicht dazu ist das SB1000 und ist halt für Dünger, nicht für Pflanzenschutzmittel also das steht ja jetzt nicht, dann würde das da noch stehen das ist nur ihr Dünger, 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 damit könnt ihr dann eure Felder vorbereiten es gibt ja auch dieses Flüssigpflanzenschutzmittel und so, das kommt ja in diese andere Spitze rein das hatte ich euch ja schon mal gezeigt und hier ist es nur für Mineraldünger, Mineraldünger recht teuer, muss man dazu sagen ich glaube vorne dran gespannt könnte ein 300er Fans sein, 300er oder ein 700er würde ich sagen auf jeden Fall mit Pflegebereifung, um natürlich nicht eure Frucht, die bereits erwachsen ist, zu zerstören ist ganz coole Sache, muss ich echt sagen, erweitert zwar nicht direkt oder bringt nicht direkt was Neues mit ins Spiel erweitert aber das Aufkommen an Dünger-Streuern, weil davon haben wir wirklich nicht allzu viele ich möchte nochmal hier kurz ein Bild zeigen, das ist dann der reine Ausschnitt davon es gibt natürlich auch gleich wieder ein Video zu den ganzen Optionen, die hier möglich sind also ein In-Game-Video und hier haben wir jetzt ein Cedar, eine kleine Möglichkeit um die Direktsaat aus, nein Entschuldigung, nicht die Direktsaat, um nach dem Grubbern eine Saat wie Mais zum Beispiel auszubringen er sieht zwar unscheinhaft aus wie eine Sämaschine, es ist aber tatsächlich eine Sämaschine der hat nämlich hier vorne, wie ihr hinten seht, so ganz ganz kleine Vorratskammern wo ihr zum Beispiel Mais und so dann, also wo ihr dann halt eure Frucht, eure Saat reinpackt und dann Mais mit anbauen könnt der kostet 79.500 Euro, benötigt 145 PS 1000 Liter gerade einmal gehen da rein, also ich sage ja was ganz 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 kleines Süßes 1000 Liter mit 12 Meter, trotzdem 12 Meter Breite passend Gewicht, SB1600, 15 kmh könnt ihr mitfahren und könnt dort mit Saat ausbringen das bedeutet Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Zuckerrüben und Baumwolle, also Cotton ist hier mit Anbaubau es sind halt wirklich nur 1000 Liter, weil es sind nur diese ganz kleinen Tanks, die ihr da seht dort kommt das Ganze nämlich rein, hier sieht es nochmal ein bisschen besser an der Seite da ist nämlich diese Saat drin, also es gibt jetzt nicht die Möglichkeit vorne einen Zusatztank oder so sondern wirklich, das ist eine Sämaschine sie sieht unscheinhaft aus, muss ich wirklich sagen ich hatte damals erst gesagt, wenn Gruber aber es ist wirklich eine Sämaschine für unter anderem Mais mit Spurreißer auch mit dabei ist eigentlich eine ganz coole Sache, muss ich wirklich sagen und hier hat jetzt zum Beispiel einen Gruber passend dazu mit dem könnt ihr euer Feld für so eine Sämaschine halt vorbereiten 37.500 Euro, 177 kW, entspricht 240 PS, 5 Meter breit jetzt muss man überlegen, 240 PS für 5 Meter also schon ordentlich, 15 kmh schnell, passendes Gewicht, SP-1600 und mit dem habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel ein Feld habt und dieses abgeerntet habt könnt ihr hiermit wieder losgrubbern und euer Feld für die nächste Saat vorbereiten dass ihr zum Beispiel dann hier die Monopil E-Drive holt und dann damit Mais anbaut wäre natürlich Quatsch zu grubbern und dann eine Direktsämaschine zu holen das würde sich, ähm, ja beißen ineinander nur du grubberst, dann nimmst du die Direktsaat, da hast du ja grubbern direkt mit drin da wäre es ganz schön Quatsch, dort dann das nochmal mit reinzupacken dass ihr grubbert die Direktsaat nochmal grubbert und ansäht wäre totaler Quatsch die große Kombi wäre hier mit diesem Enduro Pro 5000F grubbern dann nehmt ihr euch die Monopil E-Drive 24 damit baut ihr Mais an, unter anderem und dann nehmt ihr euch hier den Exakt der TLX, die Düngerstreuer um das Feld dann auch noch zu düngen weil der hier hat reine Saat, ne, keine Düngerfunktion damit könnt ihr dann nochmal düngen das wäre so ne, so ne typische Dreierkombi um das Ganze zur Verfügung zu stellen hier sieht das Ganze nochmal, sieht ganz cool aus das Ding ist natürlich auch das Ding der Grubber ist natürlich auch für die Fahrt über Straßen geeignet ihr könnt ihn nämlich zusammenklappen dafür seht ihr in der Mitte links und rechts diese beiden Hydraulikstempel damit könnt ihr dann der Grubber zusammenklappen deswegen hat er auch hinten diese zwei Warnanrichtungen dass man links und rechts gerade vorbeikommt welches die Breite dieses Grubbers widerspiegelt und damit könnt ihr dann halt was hatten wir jetzt, 6 Meter, ne, 5 Meter sogar nur ich muss ehrlich sagen, ich finde 5 Meter mit 240 PS ist schon sehr, wow, sitzt schon gut was voraus muss ich wirklich sagen und dann kommen wir noch zu einem doch ganz coolen den hatte ich euch schon mal in den All-Inhalten mit Slots übrigens, die Slots werde ich euch nochmal am Ende des Videos verlinken die Slots sind ja bekannt ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, habe ich ein Video zu online gestellt ich werde es euch am Ende des Videos nochmal verlinken das ist nämlich der 4140L das ist ein Heckmähwerk für 20.300 Euro, 85 PS 4 Meter breit, 22 kmh schnell, wenn ihr damit mähen wollt der wird so fahrend auf dem großen Bild und dann könnt ihr ihn auseinanderklappen dann fahren links und rechts die Klappen runter und dann könnt ihr dort mit nach rechts versetzt ich denke mal, das kennen viele von euch schon also es ist ein Heckmähwerk, welches rechts versetzt am Traktor entlang geführt wird und damit könnt ihr dann eure Felder für die nächste Saat Entschuldigung, für das Mähnen von Gras vorbereiten so sieht das Ganze aus ihr seht hinten den Traktor, das müsste ein Valtra N sein Valtra A sogar, glaube ich Valtra A oder N ist das und hinten jetzt das 4140L mit dem ihr dann euer Grasfeld abmähen könnt rechts versetzt zum Traktor hin ich möchte euch kurz noch ein bisschen was Ingame zeigen dafür mache ich auch mal hier kurz die Musik aus ich mache hier mal ein bisschen lauter das ist jetzt unter anderem hier ne, der, die Felddünger der Felddüngerstreuer hier jetzt angehangen an einem New Holland ihr hattet hier eine Breite von 24 Meter womit ihr eure Felder düngen könnt seht ihr selbst, hinten angangen alles animiert ist wieder man sieht den Dünger auch hinten rauskommen finde ich ganz cool gemacht sieht auf jeden Fall optisch sieht wieder sehr, sehr schick aus und wirkt auch wieder sehr, sehr cool damit Feldvorbereitung ist ganz, ganz wichtig für euch um eure Ernte zu erhöhen jedes Mal düngen und bringen ein paar Prozent mehr ein das ist jetzt nicht ein Gruber nein, das ist hier der Monopil E-Drive das ist die Sämaschine für unter anderem Mais und Sonnenblumen ihr seht es selbst da sind die ganz kleinen Tanks da, das sind die kleinen Tanks die ihr seht Spurreißer ist mit dabei und damit könnt ihr dann jetzt halt euer Feld vorbereiten um mit zum Beispiel Mais oder Sonnenblumen anzubauen das ist eine ganz coole Sache muss ich wirklich sagen finde ich optisch sehen ganz cool ist sehr unscheinhaft wenn man wirklich nicht damit rechnet dass das sowas ist aber es ist wirklich eine Sämaschine weil man fehlt ja irgendwo fehlt ja der Tank und so und dieser Spurreißer ist halt dafür da damit sie genau mittig mit dem Traktor drüber fährt dann hat sie die ideale Breite die ihr hier wirklich nutzt von, was waren's äh, zwölf Meter das sind dann die vollen zwölf Meter die hier genutzt werden finde ich ganz cool und wirkt auch sehr sehr cool hier mit dem Spurreißer schön zu sehen dass der auch wirklich funktioniert so dass ihr ihn einsetzt wie ihr ihn benötigt jetzt haben wir hier den Grubber den Enduro Pro 5000 und F ihr seht zusammengeklappt fahrbar über die Straßen wie ihr es auch gerne nutzen wollt das Ganze ist hier möglich ich finde diese Shop-Anzeige ganz cool und damit fahrt ihr dann jetzt unter anderem mit einem Case der Case hat natürlich genug PS ihr braucht ja hier für 5 Meter 240 PS fahrt ihr jetzt hier mit einfach über euer Feld nachdem ihr es abgeändert habt und könnt ihr somit euer Feld durch das Koban für die nächste Saat vorbereiten um dann zum Beispiel diese Sämaschine zu nehmen und dann Mais anzubauen Animationen unten auch wieder ganz cool macht die ihr so ein bisschen die Erde aufwirbelt das sieht man ganz gut vorne an den Haken die Erde so ein bisschen nach oben wirbeln und hinten diese kleinen Walzen die das Ganze dann so ein bisschen auflockern und so ganz cool gemacht das ist jetzt der 4140 war es 4140? ja 4140L das ist wie gesagt das Heckmäherwerk zusammengeklappt damit ihr so über die Straße fahren könnt dann werden links und rechts die Seiten runtergeklappt ihr hängt das Teil hinten an und ballert damit rechtseitig über eure Felder über eure Grasfelder womit ihr dann auf einer Breite von 4 Metern ja das ganze Grasfeld abmähen könnt ist so gesehen ganz cool ihr könnt es rechtseitig fahren das seht ihr hier ganz gut und oh das war aber jetzt abgehacktes Ende hier war das Absicht? so ein abgehacktes Hände ok ich habe das Gefühl das war keine Absicht von Giants das war ein krass abgehacktes Ende muss ich jetzt sagen damit hätte ich jetzt nicht gerechnet normalerweise kommt ihr immer dann so ja DLC verfügt über 16. Juni so dann sage ich das halt nochmal ab 16. Juni könnt ihr alle dieses DLC spielen Vorbestellerlink oder halt auch Link für danach zu kaufen findet ihr in der Videobeschreibung es würde mich sehr freuen wenn ihr mich unterstützt es kostet euch keinen Cent mehr ihr kriegt von Giants ein E-Mail mit einem Downloadcode könnt dann zum 16. Juni euch das downloaden für PC und Mac und könnt es dann zocken 14,99 für das DLC kosten die ein oder anderen Videos gibt es natürlich hier auf meinem Kanal zu diesem DLC dass ihr euch schon mal bevor ihr es kauft nochmal ein paar Eindrücke holen könnt und ansonsten Leute waren das die letzten Factsheets ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Video beim nächsten Livestream oder halt bei der Präsentation hier vom Kwerne-Land und WeCom Equipment Pack ich wünsche euch noch einen schönen Tag vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal tüdelü und tschüss 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 tschüss